Hallöchen! Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein neues Format auf diesem Kanal. Ich kann es kaum glauben. Ich hoffe, es ist etwas, was ich vielleicht auch etablieren könnte und ich einfach öfter mal mit einstreuen kann. Denn ich habe mich sehr über das Format von Maike und Anja gefreut, den Book Friends Forever. Die haben nämlich gezeigt, was ein Deutschlehrer empfiehlt. Da ging es natürlich sehr um Klassiker und um quasi die Geschichte der Literatur über die Zeiten, über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Und das ist wahnsinnig spannend gewesen. Ich habe mich sehr darüber gefreut und war von allem interessiert und angefixt. Ich könnte sofort alle diese Bücher lesen. Oder nahezu alle zumindest. Und das fand ich so toll, dass ich mir dachte, ein ähnliches Format, aber eben auf meine Art und Weise könnte ich euch heute hier präsentieren. Es dreht sich darum, wie ihr es im Titel, ich weiß noch nicht genau, wie das dann heißt am Ende, lesen werdet, dass Patienten mir Bücher empfehlen. Und das passiert gar nicht so selten, wie man vielleicht meinen könnte, denn ich spreche dann doch auch ganz gerne mal an, wenn jemand zum Beispiel im Wartebereich sitzt und ein Buch liest, dann frage ich in der Behandlung, was denn das für ein Buch sei. Weil ich mich einfach dafür interessiere, selbst gern lese und bereits schon mal in einer Buchhandlung gearbeitet habe. Das heißt, ich möchte natürlich sehr gerne mehr dann überfahren über die Patienten und ich finde es wahnsinnig spannend, was die dann gerne auch erzählen. Ich habe heute drei Bücher dabei und spannenderweise passt quasi jedes Buch in eine Kategorie, wenn man so möchte. Wir starten mit dem ersten Exemplar und zwar ist es natürlich Blackout von Marc Elsberg. Wiederum, wer schon länger hier unterwegs ist, der weiß vielleicht, dass ich Blackout, lass mich nicht lügen, letztes Jahr gelesen habe, vor ziemlich genau einem Jahr, ich glaube ja und ich habe es geliebt, eigentlich. Ich kann es gar nicht anders sagen. So richtig was anderes behaupten kann ich nicht. Das heißt, Blackout habe ich bereits vor einigen Jahren besessen, signiert besessen, meines Wissens. Das ist in einem alten Video, kann man das sehen. Und das signierte Exemplar habe ich dann irgendwann weggegeben, da ich 100 Seiten gelesen hatte von diesem Buch und es nicht so spannend fand. Ich hatte das dann aussortiert und dann kam es, dass, vor allem in der Anfangszeit von meiner aktuellen Arbeitsstelle, das heißt so ungefähr vor zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren, dass ich da sehr oft genau dieses Buch ans Herz gelegt gekriegt habe. Da haben dann mehrere Menschen, wirklich mehrere, mindestens drei Patienten, mir erzählt, wie toll doch dieses Buch sei und dass ich es auch unbedingt lesen müsste. Weil ich jedes Mal meinte, ich habe schon angefangen, aber so richtig gefallen hat es mir nicht. Worum geht es hier? Es ist ein beklemmender Wissenschafts- und Technik-Thriller und das stimmt auch. Es geht darum, dass in ganz Europa alle Stromnetze zusammenbrechen und es ist natürlich Februar, das heißt es ist kalt und wir merken erst mal, so der Reihe nach, was das für Auswirkungen hat. Natürlich erst mal die kleinen. Okay, man hat abends und nachts kein Licht. Das ist noch relativ verständlich. Man kann natürlich auch kein technisches Gerät verwenden, also sowas wie ein Wasserkocher, wie ein Elektroherd oder irgendwas dergleichen. Heizung geht nicht. Dann geht natürlich auch die Wasserspülung nicht. Also Wasserhahn, aber auch Klospülung funktioniert nicht. Da das Ganze ja über eine elektrische Pumpe gesteuert wird, funktioniert es nicht. Das ist einem erst mal nicht ganz so sehr bewusst. Und was das dann noch viel größere Ausmaße hat, wirtschaftlich gesehen, das wird einem erst so der Reihe nach bewusst und auch wie innerhalb weniger Tage sich ganz viel verändert und passiert, was man so nicht erwarten würde von der aktuellen Gesellschaftssituation, wie auch immer. Ich glaube, so langsam merken wir, dass die Pandemie einfach auch nicht nur so ein Zuckerschlecken ist und das stecken wir schon irgendwie weg, sondern wir merken alle, okay, wir müssen einen Weg finden, damit zu leben. So, und das ist auch noch nicht so richtig leicht und auch noch nicht so richtig klar. Und hier passiert aber so viel auf einmal, weil es sofort an die Grundbedürfnisse geht, an die Versorgung, also an genug Essen, genug Trinken und es in Chaos zum Teil ausartet. Sehr faszinierend. Dann verfolgen wir vor allem Manzano, der heißt dann so, ne? Jedes Mal wieder. Piero Manzano, das ist ein italienischer Informatiker, der eine relativ große Reise dann irgendwann hinter sich legt, aber auch vor allem gejagt wird teilweise und ein Stück weit aber auch Schlüssel ist das Ganze. Und wer da alles involviert ist und wie sehr man dann trotzdem den Überblick behalten kann, wie ich finde, unfassbar spannende 800 Seiten. Ich kann es nicht anders sagen. Es war wirklich echt richtig, richtig spannend. Und ich kann auch nichts anderes behaupten, als dass ich es auf jeden Fall selber noch weiterempfehlen werde, denn es hat mich echt überzeugt. Also in dem Fall eine sehr gute Empfehlung. Vielleicht jetzt meine Empfehlung an euch und ihr schaut es euch nochmal an. Das zweite Werk, das ich euch zeigen kann, ist von Juli C. Unterleuten. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt, es gibt wohl auch eine Serie dazu, die kenne ich noch nicht. Denn dieses Buch gehört zu der Kategorie, ich besitze es bereits, habe es aber noch nicht gelesen. Ja, Schande über mein Haupt. Übrigens auch wieder ein ziemlich dickes Werk. Ja, so 650 sind sie schon wieder fast, oder? Fast, 640. Das ist eine Hausnummer, ne? Ja. Gut, worum geht es bei Unterleuten? Wer nur einen flüchtigen Blick auf das Dorf in Brandenburg wirft, ist bezaubert von einem altertümlichen Namen der Nachbargemeinden, von den schrulligen Originalen, die den Ort nach der Wende prägen, von der unberührten Natur mit den seltenen Vogelarten. Punkt. Da ging die Stimme nicht runter. Doch hinter den Fassaden der kleinen Häuser brechen alte Streitigkeiten wieder auf und obwohl niemand etwas Böses will, geschieht Schreckliches. Das klingt richtig cool. Über Politik, Verachtung und Resignation. Es klingt so richtig gut. Das heißt, ich bin auch total daran interessiert wiederum. Dieses Buch wurde mir, meines Wissens, nur von einem Patienten empfohlen, der dann auch sagte so, ja, seine Frau hatte es, glaube ich, bereits gelesen und die hat gesagt, er soll es unbedingt lesen. Und die Serie kam dann gerade raus und dann meinte er eben auch zu mir, naja, ob ich es nicht auch gelesen hätte. Dann habe ich gesagt, noch nicht, es steht schon bei mir zu Hause. Wartet nur darauf. Ja, ich besitze ja meines Wissens mindestens zwei, vermutlich eher drei Exemplare, drei verschiedene Werke von Juli C. Ich habe noch nichts von ihr gelesen, habe nur Gutes gehört und bin sehr, sehr, sehr gespannt. Die Stimmen überschlagen sich ja fast, wie das so sein soll. Sehr gespannt. Dickes Werk. Aber auch das werde ich aufgrund einer Empfehlung nochmal ein bisschen anders sehen und lesen vielleicht. Vielleicht kennt ihr das Werk bereits oder auch die Serie, dann schreibt es gerne, spoilerfrei, unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und zum Schluss habe ich noch ein Buch von Joachim Meierhof. Hof? Hamster im hinteren Stromgebiet. Und zwar geht es da so ein Stück weit darum, meines Wissens, soweit ich es noch zusammenkriege, um den Umstand eines Schlaganfalls oder zumindest das, was damit zusammenhängt. Und das hat mir ein Patient gezeigt, weil er meinte, das klang lustig und doch irgendwie passend zu seiner Situation. Und das ist wirklich erst vor kurzem, dass mir das empfohlen wurde. Ich bin sehr gespannt, ob ich auch den Patienten nochmal sehe, dass er mir das wiederum nochmal zeigt. Vielleicht ging es auch gar nicht um einen Schlaganfall, sondern es ging mehr um dieses, wenn was nicht stimmt und dieses Lustige, der lustige Aspekt daran, also da trotzdem was Komisches zum Teil drin zu sehen. Es tut mir leid. Recht viel mehr weiß ich leider nicht mehr zu dem Buch, zu der Empfehlung, aber es klingt noch in mir nach und ich werde mich auf jeden Fall nochmal damit auseinandersetzen, ob es nicht doch auch ein spannendes Werk für mich sei, weil ich einfach als Therapeutin manchmal noch eine andere Sicht habe, als die vielleicht eines Patienten. So, das war es an dieser Stelle schon. Es sind nur drei Bücher, aber ich glaube, das ist trotzdem schon mal ganz spannend soweit. Wenn ihr selber noch Empfehlungen habt, sehr, sehr gerne immer in die Kommentare. Ich bin auch begeistert, wenn es in eine bestimmte Themenrichtung geht. Seid da gerne so frei und kreativ, wie ihr nur wollt. Ansonsten möchte ich natürlich auch sehr gerne noch weiterhin dieses Format etablieren und würde gerne dann natürlich auch noch weitere Teile davon drehen. Also, wenn ihr Freude daran habt, dann sagt mir das sehr, sehr gerne. Und ich werde dann versuchen, dass ich noch ein paar schöne Tipps, Buchtipps, es fehlt jetzt das Wort, Buchtipps herausfinde bei meinen Patienten und mir die dann nochmal explizit besser notieren werde, abgesehen von denen, die irgendwie automatisch schon übergegangen sind. Manche Exemplare hatte ich auch irgendwie schon gelesen oder haben mich grundsätzlich nicht interessiert oder ein Auto hat mich nicht interessiert. Deswegen habe ich da nicht alles aufgenommen, was ich jemals an Empfehlungen bekommen habe, aber ich kann mich ja durchaus auch in Zukunft sehr bewusst darum bemühen und auch zum Beispiel nach Lieblingsbüchern meiner Patienten fragen. Wäre ja auch eine wunderschöne Kategorie. So, dann schreibt mir gerne, was ihr zu den Büchern schon wisst und kennt und mir gerne dazu sagen wollt. Wie immer, Spoiler frei, bitte. Und ich wünsche euch alles Gute, lest schöne Bücher und bleibt gesund.